Hallo, ich bin Sigrid Bär, parlamentarische Geschäftsführerin der Fraktion und koordiniere hier die Arbeit im Parlament. Und da vorne am Redepult stehe ich, wenn es um Schulpolitik geht. Das ist meine Leidenschaft. Ja, dafür gibt es genau zwei dicke Gründe. Das eine ist die Umweltpolitik. Wir haben diese Erde nur von unseren Kindern geborgt, ich sage auch unseren Enkelkindern und meine damit alle Kinder und Enkelkinder. Und das andere Thema ist die Bildungspolitik, Bildungsgerechtigkeit, Chancengleichheit, die Gründung einer Gesamtschule. Das hat mich zur grünen Bildungspolitik gebracht. Ich will nicht zulassen, dass Ausgrenzung, Hass, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit Platz in dieser Gesellschaft findet. Wenn ich Freizeit habe, dann male ich sehr gerne. Da kann man prima Sachen verarbeiten, egal ob die Koalitionsverhandlungen oder, wie bei der Ausschussreise nach Kanada, den Indian Summer. Egal wie alt du bist, egal wo du herkommst, egal ob du eine Religion hast oder keine, egal wie du liebst oder lebst, zusammen sind wir NRW. Check in out. Bis zum nächsten Mal.